Hallo alle miteinander, wir haben vorige Woche das Glück gehabt bei Backstage mitzumachen. Backstage ist ein Format, das einmal die Woche Musiker von Südtirol vorgestellt werden. Das ist eine Zusammenarbeit von STOL, Südtirol 1 und Dolomitenmagazin. Und jetzt gerade sind die Abstimmungen und Favoriten des Monats zu wählen. Deswegen bitte euch alle unter STOL oder unter www.stol.it unter der Unterkategorie Panorama eine Stimme an mich zu geben. Das würde mich mega freuen für jede einzelne Stimme. Und ich hoffe, wir können den Ball wieder sägen und ich hoffe, ich kann den Ball wieder an ausspielen. Und dabei, wir machen uns also. Musik 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 Musik